Leonis Frettchen Hi, ich bin's Leonie bei Radio Brenn mit meinem Frettchen Gini. Wenn man sich ein Frettchen holen möchte, dann muss man beachten, dass das Frettchen halt gesund ist. Wenn man das von privat holt, dass man sich vor die Eltern anschauen kann, dass das Frettchen allgemein fit einen Eindruck macht, okay, jetzt nicht so wie sie hier, sie hängt ja gerade so wie nasser Sack, aber sie ist doch halb am Schlafen. Ne, kleine Maus? Wie alt sollte ein Frettchen sein, wenn man sich holt? Naja, also wie jeder möchte ich ja Gini bekommen, da war sie elf Wochen alt. Man kann aber auch natürlich ältere Frettchen holen. Ich habe die Gini aus einem Zoofachmarkthandel geholt. Da besteht halt die Möglichkeit, Frettchen werfen ein- bis zweimal im Jahr. Und ja, ich habe ihnen einen Zoofachmarkthandel geholt. Man kann sie aber auch über Privat sich zulegen, über Züchter oder ja, sonst ist das Gleiche. Ja. 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 Ja.